So, der beste Spieler im Raum und ich bin ganz sicher auch deutlich besser als der Gastgeber, der, ich habe es schon erwähnt, kein großer Wettkampfsportler war, aber eben ein Spezialist in Tricky-Table-Tennis-Trix, Nico Longino von Bayern München, die spielt 3. Bundesliga, glaube ich. Allerdings schwer gehandicapt, Nico Longino, er spielt zurzeit aktiv auch in der Challenger-Serie, ist da gestern, vorgestern sehr, sehr gut eingestiegen, ist immer zwei Tage lang und hat dagegen einen sehr starken Iwana gewonnen und dann sich aber leider am zweiten Tag verlässt, an der rechten Schulter oben. Was ist das? Die Service ist der Normal-Serie. Du kannst mich 11-0 betrachten. Gib mir das schwerste Service. Wenn ich es nicht aufheben kann, kenne ich Freunde. Sie werden mir helfen. Okay, 0-0. Flat. Nein. 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 Okay, gut. Ich dachte, er war wirklich ernst. Ich dachte, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Ich bin so stolz, ich schade. Okay. Also er musste dann das letzte Turnier canceln, damit werden alle Spiele gecancelt. Sehr, sehr schade, aber es gibt ja wöchentlich in der Regel zwei solcher Turnierveranstaltungen. Also noch einmal, Nico Longino darf nicht so spielen, was er kann. Aber für solche Bälle wie den eben muss man natürlich auch warm gespielt sein. Das ist das Wichtige. Ich glaube, dass er den Bobro natürlich auch mal darauf vorbereitet sein muss, bei solchen Veranstaltungen seinen Meister zu finden, weil er hat es selber ja zugegeben, er hat nie richtig hochklassig gespielt, aber immer mit viel Spaß. Seine speziellen, wie manche sie nennen, Eierbälle. Das war der New Ball, angekündigt, aber es war natürlich kein neuer Ball, sondern es war einfach nicht zu sehen oder schwer zu sehen, dass da viel Spin drin ist, dass der Ball dann über den Tisch gehen wird. Das war das Wort zum Sonntag, gesprochen vom Pfarrer Dr. Prof. Edwin Bobrow. Jetzt packt er den Entertainer aus. Rammstein! 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 Ich bin so entschuldigt, ich bin so entschuldigt, das war der größte schlechthinste Punkt, die ich in der Hand gespielt habe, um fünfmal zu bekommen, gegen jemanden, der sicherlich besser ist als ich. Der von der Mentalität so wichtige erste Punkt nach dem Timeout völlig missglückt. Katastrophe. Ein Problem beim Timeout, ich frage, wem nützt es mehr? Dem, der das Timeout nimmt oder der? 6,10. Ich glaube, dass ich dann erst recht was überlegen kann. Was ist passiert? Ich weiß nicht, vielleicht. Niemand, der die Kante kontrolliert, hat immer das gleiche Problem. Die Kante ist nicht okay. Nice. 10,8. Okay. Don't be nervous now. Okay. Choker, 2 Punkte jetzt. Annette Kaufmann. Bubble point. Ist das wirklich? Oh, das ist gut. Niko. Niko. Has Ressanter stamped on his shirt. Ich habe Ressanter stamped on his shirt. Ich habe Ressanter stamped on my shirt. Ich bin Sponsor von Andro. True Pro. TTEXpert. D.E. Das ist True Pro. Niko, danke für mich. Danke für mich nicht. Danke für mich über deine Injury. Jetzt kannst du mir sagen, was ist deine Injury. Nein, ich habe das. 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 Ja, ich habe das. Ich mache das. Ich mache das jeden Tag auf beiden Seiten. Und es schmeckt wie cinnamon und Vanilla. Ich kann dir das später. Ich habe das. Es schmeckt. Okay. Niko, danke. Danke. Vielen Dank. Applaus für Niko.